In der Linkengrundschule blieben am Donnerstag die Lesebücher und Rechenhefte zur Wiese. Gefeiert wurde ein Schulfest aus Anlass des Internationalen Kindertages. Dabei sorgten verschiedene Stationen und ein Unterhaltungsprogramm für Spiel und Spaß. Auch ein großes Buffet zur Stärkung war aufgebaut. Dies alles, so die Schulleitung, wäre nicht möglich gewesen, wenn die Eltern der Mädchen und Jungen bei der Organisation und Umsetzung mitgeholfen hätten.